Du weißt, dass es hart ist, kleine Tracht, was fickt mir, was geht, was rappt, das, was ich mache, ist Wapshit, kanaktisch, auslach ist die Macht, bitch, ich fick deine Stadt, wenn du meinst, dass sie krass ist. Das wissen wahrscheinlich viele schon, aber ich will es nochmal erwähnen. Also, wenn ihr auf der Arbeit seid und ihr seid gerade am Handy und ihr seht, euer Chef läuft jetzt vorbei, dann nicht schnell zusammenzucken und das Handy wegpacken, sondern bleibt stabil, bleibt da, so, lasst das Handy in der Hand, so, guckt ihn noch kurz mal an, winkt ihm nochmal, hey, und dann wartet einfach ein paar Tage, bis die Abmahnung kommt. Bruder, schmackst du noch nicht so laut, ja? Was wäre, wenn auf dieser Welt doppelt so viele Menschen leben würden, wie jetzt? Genau, du wärst immer noch der hässlichste! Leute, ich hab die perfekte Mückenfalle entdeckt. Die Mücke landet auf dem Salz, weil sie denkt, das ist Zucker, sie kriegt Durst, sie sucht Wasser, aber in dem Deckel ist Wodka. Sie betrinkt sich, stolpert über den Stock und fällt mit dem Kopf auf den Stein. Sie betrinkt sich, stolpert über den Stein. Entschuldigung, sind sie gleich gebt und könnt ihr für mich einkaufen? Nee, sowas mache ich nicht. Entschuldigung, sind sie gleich gebt und könnt ihr für mich einkaufen? Nein! Nein! Entschuldigung, nein! Oh, locker, locker, locker. Nein! Okay, okay, okay. Guck mal, die hängen mittlerweile AfD-Plakat so hoch auf, dass du nicht runterhängen kannst. Die haben gemerkt, läuft nicht bei denen bei uns. Ich komme mit Leiter morgen, passt auf, passt. Ich komme mit Leiter morgen, passt auf, passt. Ich komme mit Leiter morgen, passt auf, passt. KAPTER! Gott, Gott, Gott was dass bett ist nicht gemacht da liegen klamotten auf dem boden das bett ist nicht gemacht da liegen klamotten auf dem boden Das war's für heute. Das war's für heute.